Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Endlich ist es soweit. Ihr könnt anfangen mit GTA 5 für den PC. Ich warte schon so lange auf diesen Titel, das glaubt ihr gar nicht. Es wird so episch werden, denn ich weiß nichts über das Spiel. Ich habe mich nie erkundigt. Ich weiß nicht wie ein Charakter heißt. Ich habe den Prolog gestern natürlich schon mal ganz kurz gezockt, um alles einzustellen. Aber jetzt genießt das Spiel! Hey, jeder, beantworteil, niemand wird verletzt! Geh! Öffne die Tür! Es wird verletzt als verletzt! Hey, hey! Ah, komm mal! Ah, endlich! Let's go, shut up! Oh, Jesus, komm mal Nester, wir geben dir alles, was du willst! Ich hab mich nicht mehr überrascht! Ich hab mich nicht mehr überrascht! Ich hab mich nicht mehr überrascht! Geh in da! Sit tight! Ich werde das Blaster! Keine Ahnung! Keine Ahnung! In der Back! Was ist er denn? Was ist er denn? Sie können uns in hier töten! Bleiben uns allein! Wir haben nicht gemacht, was wir für dich nicht gemacht haben! In der Tattoo ist er begonnen! Alles klar! Geht aus! Telefon sie in! Ich mache den Hallo! Huuuuuuuuuuuuh! Uuhuuhu... Huuuhu... Huuuuhu... Huuuuhu... Huuuhu... Huuuuhu... Hey, die Dette, we're gonna do this! Huuuh! Leute, diese Spiel ist einfach so f які lucent! Wir werden so viel Spaß haben, das glaubt ihr gar nicht. Bäm! Siehst ihr? So viel Spaß werden wir haben. Jeden Tag. Immer wieder. Obwohl ich daneben auch sein Ohr getroffen habe und nicht von meinem Freund die Schulter, aber... Das ist ja nicht schlimm, ne? Deswegen liebt man sich doch. Richtig geil, wie man hier auch so in Deckung gehen kann. Ich finde das einfach nur richtig geil. Zulch! ETF. Sie sind gerade ihre eigenen Männer umgefallen, das ist mir gestern gar nicht aufgefallen, wenn ich den Prolog des Spiels habe. Geht aus dem Weg oder zufere die Konsequenzen. Ich kann sie für sie liegen. Geh runter! Geh runter! Es gibt noch mehr Kops in dieser Stadt! Bring' em! Ich habe meine Schär, es ist immer offen. Ich habe mich gestern gelernt, Jungs. Bei Prologs. Haha! Ich habe die Schrift. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Wow! Er sollte da sein! Los geht's! Los geht's! Ach, das ist schon geduckt oder wie? So, jetzt muss ich einmal ganz kurz die Ego-Perspektive verlassen. Ja, nee. Richtig geduckt ist das nicht. Und auf C kann man sich auch nicht richtig ducken. Hä? Okay, muss ich nachher mal nachgucken. Jetzt müssen wir hier weg. Wegen mir kommen die jetzt nicht weg. Voll mies. Geht's! What took ya so long? Shut the fuck up! And drive! Woo! Do you see that shit? I fucking put that bitch's face against the glass. Do you see that? Yeah, you're a real stout guy. Woo! Ah, fuck! How'd that happen? Go, go, go! Go! Fuck! Fuck! Fuck your uncle's body! That guy's a dick! Fuck! Fuck you two! Fuck! Fuck you! Woo! Woo! Ha! Come on! Let's get to the chopper! We're getting there! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it! Cops! Coming our way! Be cool! They ain't made this car yet! Mike! I say there's a chopper! I say there's a chopper! We stick to the plan, we're home free! Shit, shit, shit! Roadblock! You guys alright? Fuck! Come on! Get to the car, alright? We can go this way to the chopper! No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck! Fuck! I'm gonna check around back! Ah! 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 It's a fucking fast! Someone let the fucking talk! Alright, Brad's gonna be fine! We gotta get the fuck out of here! Fuck! I'm a hit! Ah, Jesus! T, you gotta get out of here! I ain't gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Fuck! Let's go! No! No! I'm standing here! Finish me! Finish me! Fucking die! All of you! Kill me, you fricks! Die, you suck sucker! Oh! Baby! Motherfucker! Motherfucker! Hey! You! You! Hey! Oh, God! Don't do it! Oh, oh! Where's the chopper? I don't know what you're talking about! Fucking stay back! You come near me! He's fucking dead! Stay back! Oh, God! Help me! und da rennt er da rennt er und dann geht es direkt weiter mit der nächsten Video Frequenz richtig super Michael was nicht immer ein guter Mann und nicht immer ein guter Bürger Er wurde nicht eine Person zu sterben, aber er war ein Mann Unser Herr wurde mit zwei Fähigkeiten gegründet Also, vielleicht sollte man nicht beurteilen Wir sind von Sinnen, und wir leben von Sinnen Und in this, Michael, ist wie jemand anderes Vater, wir wissen nicht deine infinitee Mysterien Aber wir wissen, dass du Willen Willen geben unsere Freunde Grandess Auto Ich bin mal gespannt Ich habe ja auch diesen wunderschönen Vorbestellerbonus bekommen Ob der dann jetzt noch da ist Ihr son, James Er ist ein guter Mann Er ist ein guter Mann? 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 Er hilft die fucking poor? Nein Er sitzt auf seinem Arsch all day Smokin' dope and jerkin' off while he plays that fucking game If that's our standard for goodness, no wonder this country is screwed And what about you? What about me? Hey I don't have the advantages that kid has By the time I was his age, I'd already been in prison twice I robbed banks I ran whores Smuggled dope And you consider them achievements These were the opportunities I had At least I took them And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here The end of the road With a big house and a useless kid And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit Oh, I'm living a dream, baby And that dream is fucked It is fucking fucked Let it all out I think I just did Oh Well, I think that's all we have time for The same time next week? I guess I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me Hmm A sense of overriding futility is a vital part of the process Embrace it Whatever you say, Doc Sorry, I wanted to hear the sound not so much Sorry, I wanted to let you go sorry Stop the sound Why 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 Das war's. 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 Du hast mich da gerade gegengeschubst! Asoziale, du hast mich da gerade gegengeschubst! Oh yeah! Scheiße, come on! Ich bin direkt hinter dir! Wenn du ständig so Kurven fahren willst, ey, was ist denn los mit dir? Ja! Echt ey, das war ich gar nicht! Kann ich nicht überlegen? Hey, open up, homie! Schon ein bisschen krass, wie der Typ fahren kann! Das Dialoge dann immer aufhören ist ein bisschen... traurig! Wie man in diesen Modus da reingeht! Oh mein Gott ey! Was ein geiler Move! Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Alter, ist der Typ langsam! Ja! 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 Von ... Ah, was eine enge Straße. Wissen Sie die Sternchen nicht mittlerweile mal ein bisschen los sein? Nein! Ah, was? Ein Glück, ich bin sogar beim Auto ausgelandet. Hahaha, wie geil. Ich verstehe, du bist ein Rassist und ich nicht mag dich. Und ich will nicht diese Karte. Ich will nicht. Du machst mein Gesicht schlau, du Neonazi. Ja, du bist alle die gleiche. Das Rassist hat mich verletzt. Ey, wassup, bo? Wer du callin' ein n****? Nein, nein, ich bin keinem n****. Wait, warte, warte? Ich meine, n-word. Das ist nicht cool, man. Ich verstehe das. Du bist richtig. Du musst es richtig halten. Weil dieser Mann hier ist ein internationales Geschäftsmodell. Ein Multiculturalist. Das hätte ich nicht besser gesagt haben. Aber wirklich, vielleicht ist er nicht ein Rassist. Aber ich glaube, dass er genug ist für ein Auto wie dieses Auto. W-warte. Ha, ha, ha. Dieser Mann hier? Ja? 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 So, zum Prolog gehört jetzt noch eine Mission. Die werden wir jetzt noch machen. Und ab dann weiß ich über das Spiel absolut gar nichts mehr. Ist das Gespräch einfach weg? Das ist ja doof. Ja, ich mag meine Wehmer. Haha. Mann, shit, es ist gut zu sein. Ich bin schon mal bei dir. Wassup, kann die Lowe kommen in die Crib? Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, n***a, ich bin ja, aber ich bin ja, ich bin ja, vielleicht hast du das ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Has she ever stopped fucking with that brain surgeon or lawyer she fucking with, nigga? What? Oh, motherfucker. Oh, honey. Y'all done with me? Oh, he here. We living on top of the club. He got it. Hey, rap. Shoo, shoo, get on out of here. Okay, baby, I see you at the thing, you here? I was on the phone, boy, don't be listening. Goddamn freeloader. Morehead rides again! He smoked 60 a day. He drinks a warm-up ride at lunch. He has incredible powers of reasoning. And it's America safe when government intervention cannot. Sleep easy, America. Someone else is worrying about things so you don't have to. This episode of Morehead rides again! Is brought to you by Los Santos Affordable Homes. Oh, yeah. Okay. Before we start this week's episode of Morehead rides, we have to tell you about a free offer. You can have an incredible genuine Gordon-Moorhead detective badge. Replica gun and a packet of candy cigarettes. I've seen that money that was given to me. That's not always when I start a new story. Because it's kind of a bad thing. Online can I understand. But here in the story mode. So, why do we do this now? So, I will play the next episode. We're going to play the game together. We're going to play it yesterday. We're going to play it yesterday. So, I'm going to play it again. So, I'm going to play it again. So, we're going to play it again. But, more or less. One is at least left. But, as you could see... There is a moment of time, at the moment, the Microsoft is on the free feet. That's good for his Catapult. Very, very cool. Also, Jungs, das kann nur besser werden. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst doch ein Like da oder einen Comment, würde mich echt freuen. Und bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.